So, dann wünsche ich uns allen einen guten Start. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das ist eine super Truppe. Und ja, dann legen wir nächste Woche los. Du schaust mich für das saurige Pfadde, wenn du abgehst vom Vatum begegnest du. Du schaust mich, wird es zauberlich und hartstum, der ab und kehrt zum Tag. Es beginnst du, du schaust mich für eine Frau, macht nichts mehr, kehrt dich erst mal wahr. In mein Leben der Wolf ist der Zauberstark, sind die Bohnen groß und die Eseln prächtig. Ab in den Wald und auf zum Streit, es muss geschehen von Zeit zu Zeit. Ab in den Wald, da steht's bereit, die Wandlung zu beginnen. Ab in den Wald, doch mach ruhig Rast, wenn dich im Wald die Angst erfasst. Ab in den Wald, doch ohne Hass. Ab in den Wald, doch früh im Vogel. Ab in den Wald, doch bleib am Vorrecht. Ab in den Wald, aber auch nicht den Riesen, der Weg ist strahl. Die Welt ist so grau, auch gemeinsam sind wir stark und schlau. Die Schaust sich nicht schlecht, die Haust sich scheint grau. Doch weißt man erst, was Glück ist, wenn man vom Wald zurück ist. So fängt es an zu dunkeln, ich seh dort etwas Funk. Lass auf die Wünsche auf, wünsche sind Kinder, lass sie den Nieren auf, was sie bestehen. Das auch bei jedem Fluch, nicht nur bei Kindern, jeder Fluch schlägt zu Buch. Erzähl ihm das Märchen vom Wald und den Zauber, dein Vater und Mutter, du kannst es bestimmt. Allein. Allein. Es war einmal. Einem fernen Königreich. Antwort. Das ist Doktor. ine signature. Untertitelung des ZDF, 2020